Jedes Jahr erleiden etwa 200.000 Menschen in Deutschland einen akuten Herzinfarkt. Ein Viertel stirbt daran. Grund ist nicht selten falsche oder gar keine Reanimation in den Minuten, bis der Notarzt eintrifft. Denn jede Sekunde ohne richtige Hilfe kommt der Betroffene dem Tod ein Stück näher. Angst, Scheu und Unsicherheit kosten vielen Menschen das Leben. Der Cardio First Angel ist entwickelt worden, um genau das zu verhindern. Eine Innovation, die Leben rettet, aus dem Hause Innotech. Mit dem Cardio First Angel kann jeder Laie eine richtige und wirksame Reanimation durchführen. Reagiert der Betroffene nicht und hat auch keine spürbare Atmung mehr, verständigen Sie zuerst den Notarzt. Legen Sie dann den Cardio First Angel mittig auf die Brust des Betroffenen. Stützen Sie Ihren Oberkörper mit beiden Händen auf den Cardio First Angel und beginnen Sie rhythmisch zu drücken. Das Klicken signalisiert Ihnen, dass Sie genug Druck für eine effektive Herzmassage ausüben. Der Ton hilft dem Ersthelfer außerdem, den richtigen Rhythmus von ca. 100 Drücken pro Minute aufrecht zu erhalten. So lange, bis der Notarzt eintrifft. Mit dem Cardio First Angel retten Sie als Ersthelfer ein Leben, das ohne richtige Reanimation zu Ende gegangen wäre. Das eines Verwandten, eines Freundes oder sogar Ihr eigenes.